Hallo zusammen! Heute befinden wir uns in unserem Shop auf der Sonnenalp und wir haben heute einen Special Guest und zwar besucht uns heute die Laura von Narnes höchstpersönlich und hat eine ganz spannende Kollektion mitgebracht und ich habe die Ehre mir heute zwei Outfits aus der Shopping Passage von der Sonnenalp auszusuchen und Laura kombiniert spannenden Narnes-Look um die Outfits herum. Freut euch drauf! Für Laura's Outfit, die sehr summery ist, wir benutzen Dancing in the Rain mit Aquamarine, aber milky Aquamarine, das bedeutet, dass es eine Reine in der Mitte ist. Also, jede piece ist unigere. Und ich liebe das, dass sie mit diesen Ehring, mit Handengraved Gold Ascent und kleine Sparkle Diamonds. Und dann haben wir auch die version of Ipanema. Another beautiful collection is also the Reveste, which we have it in this version, but we can just switch it into a lighter color.